Also, plan ich jetzt folgende. Wir reden jetzt todtraurig. Bist du Wissenschaftler? Der Stranger will reden. Löst sich vorstellen. Oh, du bist Wissenschaftler. Kipp, bricht ab, bricht ab, du bist Wissenschaftler. Ich glaube, nur durch dich kriegen wir das ganze kluge Zeugeln. Und dann Kipp, du musst auch nochmal richtig, richtig heavy sein. Löst sich vorstellen. Also, das haben wir schon. Also, Kipp, dir ist unwohl. Kipp, dann geh du aufs Klo. Ranken entfernen. So, da habe ich jetzt gespannt, Kipp. Jetzt entfernen wir mal die Ranken. Ja, okay, das ist jetzt nicht so episch. Ich dachte, jetzt kommt so ein epischer Fight. Kipp, dann geh mal ballern. Wo ist denn die Wissenschaftler denn? Hier. So, ausgezeichnet. Linda. Nein, nein, du musst natürlich nicht nach Karriere fragen. Das ist das Wichtige. Also, weiter, du bist aber, ne? Warte. Es lebt! Paul! Hi! Servus, Paul! Servus, servus, servus. Moin, servus. Moin. Hi, 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 hi. Oh, nein, nein, nein. Minus. Willst du die Beärmte erzählen? Mit Familie angeben. Ich weiß, ich weiß genau, was sie machen, was sie machen müssen. Ich habe mich am Ende nicht informiert. Aha. Düsteres Kompliment machen. Machallah. Machallah. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht kann das nur Sim, äh... Ey, ich brauche gerade einfach Sims zu Kipp sagen. Also, wirklich, irgendwas ist nicht ganz richtig. Ich weiß nämlich, ich weiß nämlich, äh, nicht, ähm, hier... Rekrutiere. Muss kürzlich geimpft worden sein. Äh, verabreiche Impfstoff gegen die Infektion. Äh, bevor du versuchst, dein Sim, äh, gegen den Kampf gegen die Mutter anzuwerben. Bedeutet, wo ich kriege einen Impfstoff? Weiß das zu, welch einer von euch? Donnerstag früh, äh, 40 Raps zaubern. Yay. 40 Raps, Digga. Wer ist das denn? Tap und Schiff drücken. Sicher lügst du mich an. Aber, ich bin ein dummer Spassen, glaubt ihr. Ich will nicht. Hä? Was hab ich gemacht? What? Hä? Kipp, ich bin in dir drinnen. Äh, lol. Was zur Hölle? Wie komm ich hier wieder raus? Geil, was? Also, lol. Lol. Die Leute, äh, die Leute, äh, die Leute, Mitarbeiter beim Training, äh, nee, äh, zu meinem Geburtstag. Ach, du hast, warte mal, du hast am Donnerstag, Geburtstag, Sekunde. Das ist dann, der... 27. 27, ne? Dann, schon mal alles genug voraus. Ich werd's eventuell vergessen. Wenn nicht, dann... Nicht. Ne? Hä, warte, das fällt mich grad total. Linda. Wenn wir bei dir... Linda, wein jetzt, wein doch nicht. Ey, das ist doch... Ey, das ist doch mega geil. Das wusste ich doch gar nicht. Lol. Lol. Ähm. Hallo? Also, die Steuerung ist ganz komisch, aber Linda, was machst du denn da? Linda? Hallo? Linda? Leute, ich glaub, ich glaub, Linda geht's nicht gut. Er guckt mir jetzt einfach nicht mehr hin. Ich glaub, Linda, Linda wird bald irgendwie töten. So. Und bekomm ich welche ab? Äh, nö, weil, äh, wenn bei dir sind, sind schon Auge auf... Weil die sind bei dir, hab ich schon Auge und... Aber, nö, weil, weil, bei, weil die beim, äh, dir sind, haben, äh, haben sie schon Auge und... Ringen wir bitte gar nicht ruhig. Ich weiß auch, ich weiß auch, heute ist der Wurm drin. So. Ringen wir jetzt einfach, ey, 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 das find ich grad voll... Ich find ich grad voll geflasht, das wusste ich, das wusste ich einfach noch nicht. Höh, wer bin ich jetzt? Ey, lol, so kommt man die freie Kamera. Ey. Ey, guck mal. Hier ist voll so ein... Hier ist voll so ein eigenartiges Ding. Ey, lol. Ey, das ist halt echt richtig geil, dass ich das jetzt weiß, dass ich das jetzt weiß, ne? Mann, die guck dich auch mal bitte an. Mit deiner ungesunden Körperhaltung. Hä, ist das geil, lol. Ey, ich mein, ich bin grad total geflasht. Diese Steuerung ist ganz gut. Hallo, Typ. Hallo, guck mal, ich beobachte dich. Wollten wir nicht Freunde werden? Ich mag mich nicht. Ihr, schade. Bis sie, äh, bei Linda angekommen sind, bis sie bei Linda angekommen sind, haben sie schon Augen... Achso, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich, jetzt, ah, ah, ah. Sie mutieren, weil die Fahrt so lange dauern würde. Verstehe, ich verstehe. Man, die hat Freunde. Paul. Das Thema wollte man doch nicht ansprechen, Mann. Hallo, ich bin so, ich bin so witzig. Die Robber passt dazu, die Robber passt dazu. Gut. Hier, warte mal, wie impfen wir die? Versuchen wir, Ted zu reden. Nein, wir müssen den Impfen herstellen. Ich glaube, wir müssen dazu nochmal zum Labor gehen. So, glaube ich. Die Drogen will ich auch mal haben. Klar, klar, schicke ich dir rüber, Paul, schicke ich dir rüber. Kein Ding. Ich glaube, zumindest die sind im Labor, kann ich das herstellen, weil ich wüsste jetzt sonst nicht, wo ich einen Impfen herstellen könnte. Und das sollte man ja eigentlich schon wissen. Also, Kip, wir brauchen dich wieder, weil du Schlüsselkarte hast, weil der Rest uns, äh, der Rest ist viel zu fresh dafür. Warum ich das so, warum ich das so eigenartig sagte? Das kann ich dir nicht sagen. So, Kip, Eile, bitte. Echt, Sporenhaufen und eine Bitarre Frucht. Das haben wir doch, ey, das ist ja mega easy. Das ist ja mega easy. Warte. Echt, Prima, Impfstoff. Das ist ja super easy. Hier hingehen. Experimentelle Frucht. Warte. Kip, geh bitte hin. Kip, 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 kip. Das ist ja voll vom Gerücht erschreckt. So. Perfekt. Wir haben eine Bitarre Frucht. Warte, ich würde ganz sicher gerne fliegen. Fliegen, dann kann ich mir hier noch ein paar bizarre Früchte geiern. Oh, hier habe ich schon, hier habe ich schon. Bizarre Früchte ernten. Und dann gehe ich, dann gehen wir nochmal runter. Ey, Leute, das wird heute, das wird das. Wir werden extra identitären Impfstoff herstellen, dann wird wild. Eigenartig, eigenartig. Ey, Leute, das ist, das wird richtig gut. Klappen. Ne, die Riesenpflanze ist, die ist immer noch, wann man ist. Ich glaube, sie ist nicht geladen. Ne, ist nicht geladen, aber die gibt es noch, wie du hörst. Die ist noch da, aber sie ist nicht geladen. Aber wir können experimentieren, hier im Stoff herstellen. Für den Kampf. Der Kampf, Leute, der Fight. Ich weiß, du hast Hunger, das tut mir auch unfassbar leid. Jetzt kipp. Willst du Stranger will retten? Rette Stranger will kipp. Das machst du richtig gut. Los, kipp, kipp, kipp. Glauben wir nicht. So, perfekt, gleich hat sie es. Kipp. Kipp. Test ihn. Ein besessenes Sims. Also, okay, ich spritze direkt irgend so Menschen. Mega Idee, kipp. Korrekt an der Stelle. Meine Einfachstück, das war ein Experiment. Ich denke, das wird klappen. Damit kommst du safe. Das ist deine aus dem Knast und komm Karte. 100% Real Talk. So, ich denke, hier sind die meisten Besessenen. Da haben wir die erste Chance, mich zu finden. So. Ich würde den jetzt noch testen und dann würde ich...